Hallo Leute, das ist eine Video Antwort an Galkind. Du wolltest ja wissen, wie ich als Zombie aussehe. Das zeige ich euch jetzt mal. Oder dir Galkind. So, gehen wir kurz hier rauf. Das ist für mich. Und jetzt sieht euch gleich, wie ich als Zombie aussehe. So sehe ich als Zombie aus. Na, ganz nett. Wir können ja ein Foto machen. Und meine Abonnenten können mal unter das Video hier mal eine Video Antwort machen, wie ihr als Zombie aussehe. Könnt ihr auch gerne machen. Sogar kein hier wäre ich mal ein Video. So sehe ich als Zombie aus. Ja, sag mal, haut rein.